Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wehmütig nimmt der eine oder die andere Fasnächterin am heutigen Escher Mittwoch Abschied von den schönsten Tagen im Jahr. Auch mit der Herrlichkeit von vielen Produkten ist es leider meistens schnell vorbei. Und was nach dem Gebrauch mit so einer Getränkedose zum Beispiel passiert, das weiss man normalerweise nicht. Ganz anders ist das bei der Rewatch. Der Uhr aus Recyclingmaterial, das Sie exklusiv bei GOP bekommen. Jede Rewatch ist einzigartig und ein einmaliges Sammelobjekt. In jeder Rewatch erkennt man die ursprüngliche Getränkedose und keine Uhr sieht aus wie die andere. Auch Teil des Armbands dieser Einzelstücke ist übrigens Recycling. Bei einzelnen Modellen stammt das Leder sogar aus dem Sitz einer nobelen Automarke. Wow, what a fight, what a really great fight. Beautiful how it's working, the man. Beautiful how it took, the aluminum can is going down, but oh, 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 what's going on? Riebe! 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 Riebe, es ist exklusiv! Die Rewatch-Kollektion wird laufend erweitert. Sie orientiert sich an Modetrends, aber auch an ökologischen Aspekten. Sie ist selbstverständlich bis 30 Meter wasserdicht und stossfest. Das Glas besteht aus kratzfestem Mineralglas. Und auf das Schweizer ETA-Quarzwerk gibt es zwei Jahre Garantie. Wie schon erwähnt, geht heute an vielen Orten in der Schweiz die Fasnacht zu Ende. Die Luzerner tröstet sich mit einer sogenannten Fastensuppe. Armin Amrain, selbst ein begeisterter Fasnachtler aus der Innerschweiz, kennt sie auch. Ja, und sie wirkt tatsächlich Wunder, wenn man sich ein wenig zugemutet hat. Grüezi miteinander! Dürrbohnen und gelbe Erbsen eine Nacht lang im kalten Wasser einweichen. Auch ein Päckchen Spinat braucht ein wenig Zeit, um aufzutauen. Weisskabis rösten und in Streifen schneiden. Geschälte Rüebeln in Rädchen schneiden, die grösseren halbieren. Jetzt die gehackte Zwiebeln im Brottanken andämpfen. Die abgetropften Bohnen und Erbsen den Kabis und die Rüebeln kurz mitdämpfen und mit 1,5 Liter Wasser ablöschen. Einen Bujonwürfel dazugeben und die Suppe halb zugedeckt eine halbe Stunde köcherlen. Hartöffelwürfel und Blumenkohleröse dazugeben. Nochmals 20 Minuten köcherlen und auch noch den Spinat dazufügen. Ein Teig aus Mehl und Milch zum Binden einlaufen und aufkochen. Dann Rande dazufügen, abschmücken und vor dem Anrichten mit Peterli garnieren. Das Rezept, das diese Woche auch in der Coop-Zeitung steht, wird Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. In der Schweizer Fastensuppe, auch nach der Fastnacht und auch in anderen Regionen, empfehlenswert. Empfehlenswert ist auch ein Blick auf die Neuheiten, die Sie zurzeit in unseren Läden entdecken können. Von Lussardi, einem Hersteller von unseren typisch italienischen Frischspitzen, gibt es eine weitere köstliche Variante. Sie heisst Pizza Lussardi Verdura und ist verschwenderisch beleid mit verschiedenen Gemüse und schmelzendem Käse. Eine Pizza für alle, die gerne Abwechslung haben und auch mal auf Fleisch verzichten möchten. Dextro Energen ist durch die fruchtig-frische Varietät Tropical ergänzt worden. Zusätzlich zum frischen Geschmack enthalten der Sofortenergie-Lieferant auf der Basis von Dextrose, Magnesium, Kalzium und 10 wichtige Vitamine. Dextro Energen Tropical leistet einen wertvollen Beitrag zur vollständigen Versorgung des Körpers mit Vitaminen und Mineralstoffen und ist darum in der Doppelpackung erhältlich. Das Fanta Orange kommen Sie jetzt in einer 1,5 Liter PET-Flasche und in praktischen 6-Pack rüber. So ist das Fanta immer frisch und immer spritzig bis zum letzten Schluck. Fanta Orange 1,5 Liter – 6x fruchtige Erfrischung. Mit bekannten Markenartikeln geht es jetzt weiter mit den Spots von Calgonit und Jumet. Glanz hat eine neue Dimension. Calgonit präsentiert die ersten 2-Phasen-Tabs für die Geschirrspülmaschine. Die weisse Phase reinigt. In der blauen Phase packt der einzigartige Kalkbelagblocker alle Belege. Calgonit 2-Phasen-Tabs – 2 Phasen braucht er Glanz. Vielleicht sind Sie es leid, ein Fond de Teint, der Spuren hinterlässt. Bereit für die grosse Neuheit? Jumet Non-Stop-Make-up – Spurensicherer Fond de Teint. Er hält Non-Stop, hinterlässt keine Spuren auf der Kleidung und fühlt sich toll an. Seine exklusive, ultraleichte Formel macht den Unterschied. Einen perfekten Teint den ganzen Tag. Ohne Masken-Effekt. Wenn sich nur alles so gut benehmen würde. Neu Non-Stop-Make-up – Spurensicherer Fond de Teint. Eine Innovation von Jumet. Jetzt, wie immer an dieser Stelle, der Hinweis auf ein paar Aktionen, die Sie nicht verpassen sollten. Alle Swissalpina Mineralwasser im 6er-Harras kosten 3,90 Euro. Und alle Sorten Wisskasse in der 3er-Packung 3,60 Euro. Mit der Go-Profit-Karte gibt es am Freitag und am Samstag Kindermilch-Schnitten im 5er-Pack für 1,95 Euro. Und einen 2,5 Kilo Sack Bintje-Herrtöpfel zum halben Preis. Denn Sie wissen ja, Go-Profit Plus – Vorzeigen – sofort profitieren. Poppige Uhren, Neuheiten und bekannte Marken, Tipps zum Sparren und das Rezept habe ich Ihnen heute vorstellen. Ich hoffe, es hat auch für Sie etwas dabei gehabt. Und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.